Musik Man lernt so viel, dass der Prozess wirklich großartig ist, wenn man das alles arbeiten kann. Und das bringt so viel und ich empfehle das. Dass der eine etwas anfängt und vielleicht der andere weiterdenkt und fortführt, das macht viel Spaß, weil man immer das Gefühl hat, man wirft sich die Bälle so gegenseitig zu. Musik Ich freue mich auf unsere Arbeit auch in der Zukunft und ich gratuliere Olga von ganzem Herz und sie hat das total verdient und sie ist die Beste. Immer jedes Mal vor unserem Auftritt, vor jedem Auftritt, wurde die Klavier geputzt. Das finde ich wirklich gut. Es war eigentlich toll, dieses Livestream, weil meine Familie in Israel konnte das anhören und die sehen mich eigentlich fast nie auf der Bühne. Der perfekte Moment war, als das letzte Lied in der letzten Runde aus war. Es war so, als wenn diese letzten fünf Tage in ein paar Stunden komprimiert entflossen sind. Ach, schon vorbei, fast alles. Oh, diesen Moment habe ich so genossen. Musik 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 Musik